Hallöchen meine Lieben, Alena und ich sind mal wieder auf der Dippe-Mess, so wie zweimal halt jedes Jahr. Und hinter uns seht ihr auch schon das Fun-House. Das wird jetzt die erste Anlaufstelle sein. Ich bin schon ganz am Haspeln. Ich habe gerade schon Gewürze eingekauft und wir werden jetzt mal langsam rum gucken und euch ein bisschen mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war lustig. Das war lustig. Und auch dieses Jahr dürfen natürlich Smoothies... Smoothies? Das will ich schon mal smooth. Slushies nicht fehlen. Oh man. Das war lustig. 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 Ja, ich habucin' noch lustig. Das war lustig. Das war lustig. Und bleibt. Das war lustig. Ich hab ich das noch mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.